Ich heiße Johanna Mikl-Leitner. Ich bin Politikerin. Tempo 150? Unnötige Debatte. Gibt Wichtigeres. Eine 32-Stunden-Woche? Nein. Liebe ist? Familie, Leben. Kanzlerkittli? Spritzer oder Bier? Spritzer. Hamburger oder Kepap? Einmal das und einmal das, aber sonst traditionelle, gute österreichische Küche. Radio Niederösterreich oder G3? Beides. Dirndl oder Bläser? Beides. Vielen Dank. Gerne.